Hallo liebe Leute, ich bin Apptester und zeige euch heute eine App namens Mevo oder Meveo und ich habe es am Weihnachten umsonst bekommen, kostet leider zur Zeit die 72 Cent ich mache auf jeden Fall eine Appempfehlung und ich zeige euch jetzt mal das Spiel und die Optionen könnt ihr euch machen, den Sound bleiben laut, lasst mir den mal laut und ihr seid halt so ein komisches Alienart und müsst halt die richtigen Tassen drücken ihr kriegt halt so ne Musik abgespielt, ihr müsst halt die richtigen Tassen, rechts und links drücken dann haben wir noch Highscore Profil, dann hier noch ein Playgame, habt das Spiel schon fast durchgespielt, steht gerade beim 5. Level, am Anfang habt ihr halt nur das 1. Level, ihr müsst halt alle nicht mehr freischalten, dann lasst ihr euch mal den 1. Level und seid halt alle total auf Musik steht, wenn ihr es schon sehr schön so macht, ihr habt auch eine sehr nette Musik, war schon ein bisschen auch, hier ist eure Highscore Zeiger und halt eure Button, was ihr jetzt tippen müsst, ihr müsst euch jetzt immer die blauen, was mal auf dem Bildschirm angezeigt und ihr müsst halt, ihr müsst halt, ihr bewegt halt immer so nach der Musik, ach, so lang, jetzt muss ich aber auch kommen, so, aber jetzt müssen wir es eigentlich haben, so, das mache ich die ganze Zeit, es ist immer recht Spaß, es können auch immer andere Musik-Töne, was ich ja auch sehr gut finde, das ist echt für mich persönlich sehr gelungen, was, jetzt müssen wir uns eigentlich gedrückt halten, ich muss mal ein bisschen mal zeigen, ach, nicht, das klappt nicht kurz, ja, so, jetzt müssen wir uns jetzt halt gedrückt halten, alles sieht ja, halt schön wie die Punkte, warte, das sehen wir auch, ja, das war jetzt nicht so, gerade mein Stil, jetzt, das zeige ich euch besser, hier, äh, ich glaube, die Welt schaffen jetzt, denke ich mal nicht, das haben wir einfach zu wenig Punkte, aber es könnte noch was werden, wir sind hier schon knapp bei 60.000, na, es sind auch von 60.000 der Marke, ich finde es einfach total geil, und jetzt gibt es auch immer andere Musik-Styles hinweg, und er bewegt dann immer so nach der Musik, so, ich finde es staubend, ihr seht, bin schon ein bisschen erkältet, aber das macht er nicht, die Welt habe ich mal geschafft, ich zeige euch einfach mal, ja, die zweite, das machen wir mal wieder, leicht, da seht ihr auch, die Welt hat sich verändert, und die Mucke, Mucke, ich kann es aber ein bisschen lauter machen, ich finde, die Mucke macht auch, es macht echt lauter, die hier, die finde ich eigentlich, eine der besten, die habe ich auch noch in der Beschreibung, weil ich kann die Namen nicht so ganz aussprechen, ein bisschen Sticker, das Spiel heißt Hiveo, ja, nicht so ganz sicher, ja, so, das wird die ganze Zeit, bei dem Spiel ist eigentlich das ganze Spiel erklären, da kann ich immer nur die Tasten drücken, wo es dort angegeben sind, für 79 Cent finde ich das Spiel ist gerade sehr teuer, aber eins nach der Nutzung hat nicht gerade viel Umfang, aber macht echt viel Spaß, und ich hoffe, das Spiel fällt euch auch, weil ich finde es sehr toll, einer von mir toll lieblendig geworden ein bisschen, ich kriege zwei viele Spiele, dieser Musikart, so, machen wir das immer, ich habe mir auch gerade verdorben, wie ihr sehen könntet, ich hoffe, euch hat das App gefallen, und wie immer, abonniert mich, kommentiert mich, bewertet mich, und ciao!